Aloha zu Acid World vs Sword Art Online kommen wir nun zur Episode 17 Affirmation Kirito und Hauyuki konnten ihr Versprechen sich eines Tages wieder zu sehen halten jetzt nach dem Ende der Krise verspricht ihnen die Welt von LRO ein eine neue Abenteuer wir müssen Kirito spielen oh die sind aber nicht so stark ich weiß ja nicht mal was welches Level der denn sonst ist müssen wir ihn sonst verstärken kann man denn kaufen Wusste ich ja gar nicht Black Wiese und Chrome Disaster Black Wiese und Chrome Disaster das ist woos geht's am i Alles oder nichts? Los geht's. Oh ja, mit der Musik. Wie schlecht. Das ist mal was. So, muss man hier Skills. So, muss man hier sein. So, muss man hier sein. Voll geil, wir haben mit der Mucke noch. Das kriegen die auch immer sehr gut hin. So, muss man hier sein. So, muss man hier sein. So, muss man hier sein. So. So, muss man hier sein. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das ist schon sehr schnell. Oh Ja hier haben wir dich Ja das war schon sehr sehr cool gemacht Oh Ah Ja, war schon sehr, sehr cool. So, zeitlose Bande. Neues Spiel Plus wurde zum Titelbildschirm hinzugefügt. Damit kannst du das Spiel von vorne beginnen und Level sowie Gegenstelle deiner Charaktere aus deinen vorhandenen Spreierdaten übertragen. Durch auswählen von Neues Spiel Plus werden deine bestehenden Spreierdaten überschrieben. Manche Spiele werden erst wieder verfügbar, wenn du das Spiel erneut schaffst. Hierzu gehört neben Episoden, Quests und im BP Laden freigeschaltete Charaktere. So, damit hätten wir das abgeschlossen. Das war quasi noch so eine Bonus Episode dazu. Asuna. Oh, jetzt wollte ich mal schauen hier. Ep-Rate erhöht. Stimmt, das kann man jetzt auch beim Shop da kaufen. Ep. Okay. Sollte ja irgendwie was da sein. Guck mal ganz kurz. Klingstern. Waffenladen. Materialladen. Er guessisch. Pickuch? Erg Šit. Oh, geht schon, hier dann. W 가� paradoxE sheet neузete sein. Ja. Das ist ja ... Das Ganze funktioniert. Borschein reduzieren Borschein reduzieren Borschein Kritische Trefferworte Borschein Kisten Kisten Untertitelung des ZDF, 2020 Haben wir es ja schon Physische Schaden, Boss, äh... Bosskiller, ne? Schaden, Boss, äh... es ist bisschen Schaden. Wollen wir holen die bessere Waffe. Mal gucken, ob das der jetzt hat. Ja. Rüstungsbecher. Endepunkt. Okay. Bistuck. Ja. Dann bekommen wir den Ball. Schatz, die Berührung zum Beispielen. Ich glaube, wir sind zu sagen, die Sie kennen. Ich bin mal stolz, wie sie gesehen hast. Und ich gehe jetzt. Ich bin mal klar. Okay. Ich bin lege bei dich. Ich bin lege bei dir. Ich bin lege bei dir. Und ich frage die Geheimdienung. Ich bin jemand, aber nicht weit über 14,000. Au reichen, ein wenig. Aber wenn ich in registereden, Das ist gut. so was haben wir denn hier habe ich hier so neben mission oder ja auch noch eine menge zähl die den gibt ich mal schauen da haben wir seven yuki Kirito-Kun 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 Kirito-Kirito-Kun Kirito-Kun 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 Kirito-Kirito-Kun Kirito-Kun 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 Kirito-Kirito-Kun Kirito-Kirito-Kun Kirito-Kirito-Kirito-Kun Kirito-Kirito-Kun Kirito-Kirito-Kirito-Kun Kirito-Kirito-Kun 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 Kirito-Kirito-Kirito-Kun Kirito-Kirito-Kun Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kun Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kun Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito-K Oh, okay. Das war's für heute. Ich bin schon wieder. Oh, ich bin schon wieder. Ich habe das schon befürchtet. Ah, ich habe das schon befürchtet. Geschwindigkeit. Zeiten. Ja, habe ich nicht. Ich habe das schon befürchtet. 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 So, Lux haben wir jetzt auch am Start. Müssen wir wieder Kirito auswählen. Ah. Ja. Das war's für heute. Dann noch mal ein Hinweis. Es geht um zu über den Spanien. Spanien ist das Spanien? Was ist das Spanien? Oh, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, ich habe noch etwas in diesem Spanien. Okay, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Okay, gucken wir uns das mal an, was sie da von uns will. Ich hoffe, diesmal sie wird ja besser. Ich habe schon gesagt, dass ich von den Saffran über den Berstlinkel gesprochen habe. Ich habe das Gefühl, dass ich mich daran interessiere. Ich habe das Gefühl, dass ein Geist-Berst-Berst-Berst-Berst-Berst-Berst-Berst-Berst-Berst-Berst. Wenn ich die Abatür nicht in der Außenwelt, dann wird es nur noch ein Kraftes Geist-Berst-Berst-Berst-Berst-Berst-Berst-Berst. Wenn ich das nur so, dann bin ich ein Geist-Berst-Berst-Berst-Berst-Berst. Okay, got Emma. What? What? Kuroiki, you've said something? No, nothing... I've heard something! Like a laugh. What's that, Reyna? I don't know. I didn't hear anything. But you're not afraid of a laugh at the children's voice? You're not afraid of a laugh at all? Hmm... How do you think? I didn't even know that. If you were to say, if you were to say, why would you like this place? Clearly, even if you think about it, we'll go ahead. Let's go. Okay, let's go. Nah, we can do it. Should I fall for a while? Oh... You might have entered here so many times. I will have the last poll. Well... You're doing something. Oh... Hahaha... Kirito? Was hast du plötzlich gemacht? Nein... Wenn ich immer diese Horror-Kweste sehe, dann wird Asuna oder Shilika sehr gefährlich. Wenn ich zwei ruhig, und ich habe auch noch drei Leute gesehen, dann... Ich glaube, dass ich mich nicht so an, wenn ich mich nicht beklaget habe. Ich bin sicher, ich glaube, es war richtig. Ich glaube, sie sind nicht alle nach drei. Ich glaube, es ist nicht so, dass man sich die Frauen darüber schmerzt. Ich glaube, dass es die drei Frauen nur zu fangen. Das ist ein bisschen schade. Also, es gibt viele Argo, die 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 Flüchtlinge der Flüchtlinge der Flüchtlinge der Flüchtlinge der Flüchtlinge der Flüchtlinge sind. Entschuldigung. Dann können wir uns nicht bemerken, dass diese Flüchtlinge nicht zu verhindern. Ja, das stimmt. Mh, verfolgen wir mal diesen Geist. Ich würde hier bestimmt hier runter, ne? Ja. Das war's für heute. Ja! Das! 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 Na gut! Dann müssen wir kurz wieder die Skills ändern! Das! Ah! Ikato! Oh! Wir werden ebüro auf! Auch! Ich habe estowniert! O? Die Leute haben ... Sie sprechen ... distortions würden Sie vor. Sie sind ... 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 Sie haben ... Sie sind ... Sie wollen Sie etwas ... Was ist denn, du bist du? Was ist das? Ich habe das Spiel in den Jungs gespielt. Was? Aber ich habe das Spiel in der Jungs gelegt. Ich habe das Spiel nicht verloren, das ist. Hm. Aber es gab viele Menschen hier, aber es war nicht so, dass sie alle Angst haben. Aber wir waren sehr froh, und ich war auch sehr froh. Na, in Ordnung. Ich glaube, es war nicht so, dass wir uns nicht Angst haben. Wir haben uns verletzten, dass wir uns verletzten. Das war's für heute. Ich habe nicht Angst, dass ich mich mit ihm darüber diskutiere. Und das war ein Flagg. Ich glaube, das ist es... Aber Haru-Yuki, Kuro-Yuki... Was diese Frau gesagt hat... Ja, das ist wohl wohl ein Burst-Linker. Ja, genau. Das war die Welt von A.L.O. zu spielen. Ich glaube, dass die Welt der A.L.O. zu spielen. Hey, hey, meine Freunde! Ich werde mit dem nächsten Mal spielen! Hey, du. Das ist eigentlich nicht der Welt. Huh? Wir sind auch, wenn es möglich ist, wir wollen mit dir spielen. Aber ich glaube, dass du dein Kraft zu verletzen kannst, wird es wahrscheinlich nicht lange sein. Vor dem vor dem, du sollst du hier zurückkommen. Hä? Das ist nicht so! Ich möchte noch mehr spielen! Wie geht's das? Ja, genau. Es gibt viele Schöne und viele Schöne und viele Schöne, wo es möglich sein kann. Oh, das ist wirklich Spaß! Aber ich glaube, dass es nicht nur in diesem Gehirn sein kann. Deswegen werden wir uns wieder zurückkehren. Und dann können wir uns wieder zurückkehren. Was ist das Leben? Ich bin ein Weg für ein Leben. Ich bin ein Weg für dich. Ich bin ein Weg für dich. Ich bin ein Weg für dich. Wenn du dich verloren hast, dann kannst du dich wieder aufhören. Ich bin ein Weg für dich. Ich glaube... Wenn du dich nicht in der Zeit, wenn du dich nicht in der Zeit, Wenn ich nicht mehr, dann kann ich es selbst machen. Ich kann es selbst machen. Ich kann es so machen? Ja, ich weiß es. Ich möchte es so machen. Ich möchte es so machen. Ich möchte es so machen. Ja, ich weiß es. Ich komme zurück. Und ich werde hier wieder zurückkommen, dass ich hier nicht solle姿, und ich werde hier wieder zurückkommen. Ah, das ist gut. Dann geht's, mein Freund, mein Freund, mein Freund. Wenn wir uns wiedersehen, können wir spielen. Natürlich. Ja, ich bin gut. Ich bin bereit. Kirito, ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Die Rede von Kirito ist... Ich glaube, es hat mich auch auf mich geflogen. Oh, genau. Wenn die Frau, in der wirkliche Weise, kann man sich in der Welt zu sehen, in der Welt zu sehen. Ja, das ist das. Nicht schlecht. So, das hätten wir auch schon mal erreicht. Und dennächst machen wir noch weiter so ein paar Sachen. Ja, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Part wieder dabei. Das wäre auch ganz cool. Mal gucken, was uns denn noch so alles erwartet. Aber jetzt haben wir sie auch schon mal. Auch so gar nicht schlecht. Haben wir schon mal auf 400 denn? Das scheint bestimmt auch ein paar coole Skates drauf zu haben. Spezial-Moves. Spezial-Moves. Hm, klingt interessant. Dann haben wir außerdem jetzt auch Lux bekommen. Hm, herzlich willkommen. Luxi-Lux. Ich kann sie später auch zum Beispiel Dolch haben. Und schrei-Mai-Tribs auch bei ihr. Die läuft auch sowieso linear. Ja, ich denke mal, das war's jetzt mal, Leute. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ähm, wir werden auf jeden Fall noch die nächsten Arbeiter-Neben-Mission machen. Hinterher auch ein paar Multiplayer-Sessions. Wir sind ja schon so weit in Endgame. Und ja, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Lass gerne auch einen Daumen nach oben da. Schaut uns gerne auch die anderen Episoden rein. Würde mich auch darüber freuen. Über euren Feedback. Also bis zum nächsten Mal.